5, 4, 3, 2, 3, 1! Das war jetzt das wichtigste Bild. Seit wann hast du jetzt hier heute Morgen gestanden? Seit 16 Uhr gestern. Seit 16 Uhr gestern. Halleluja. Hast du noch eine E-Mail-Adresse? Dann schick ich dir den Bewegen gleich die E-Mail zu. Ja, das ist schon. Die E-Mail-Adresse. 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 ... Vielen Dank.